Ja, meine Bruts, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Heute wollen wir die letzte Schlüsselquest machen, damit wir auch endlich in den Zirkus reinkommen und das Hauptgeschehen triggern. Die Frage ist, wo haben wir denn hier noch weitere Schlüsselquests? Hier scheint eine zu sein. Hier ist auch ein beseelter Typ. Was ist daran bitte so schwer? Mach einfach, was ich dir sage, okay? Was ist los? Wird hier gleich geboxt oder so? Willkommen im Zirkus Miraculous. In den ganzen USA spricht man von uns. Entschuldige, aber ich habe gerade schon mit jemand anderem zu tun. Jemand anderem? Was soll denn die Warterei hier? Ich habe den ganzen Tag hier gewartet und habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beruhigen Sie sich bitte. Die Vor- die Verstellung? Die Verstellung? Junge, ich kann meinen Stuhl verstellen. Aber das, was die hier machen, ist eine Vorstellung. Ach, äh, Nintendo Deutschland. Man kennt's. Die Übersetzungsfehler. Jetzt prasseln sie über uns hinweg. Ach, Lull. Außerdem haben sie nicht einmal eine Eintrittskarte. Hatte gerade Eintritts-Arte gesagt? Ich kann mich auch verlesen haben, aber lassen wir es mal so stehen. Was? Ich brauche keine Eintrittskarte. Wissen Sie, mit wem Sie gerade sprechen? Jetzt reicht es mir aber. Ich stecke Ihnen gleich eine Eintrittskarte in den Arsch. Was geht hier denn vor? Ja, er verhält sich wie ein Kleinkind, der Larry. Ich meine, jeder weiß doch, dass man für den Einlass eine Eintrittskarte braucht. Dieser Typ verhält sich schon die ganze Zeit wie ein Kleinkind. Wie können wir die Vorstellung beginnen, wenn hier solche Deppener unterwegs sind? Nathan, wir müssen ihr irgendwie helfen. Das war eine Frau? Achso. Das egozentrische Verhalten dieses Typens. Dieses Typen. Dieses Typens. Also würde ich jetzt sagen. Vielleicht habe ich meine Grammatik nicht mehr drauf. Oder die deutsche Grammatik nicht mehr drauf. Vielleicht ist auch das wieder ein Druckfehler. Weiß ich nicht. Aber irgendwas ist komisch. Ein Yo-Kai. Oh, du willst mir helfen? Vielen, vielen Damen. Ignorieren Sie mich etwa? Ich will mit einem Manager sprechen. Sofort. Schluss jetzt. Ist das in Amerika? Außer, dass sich die Männer und Frauen und generell die Einwohner bücken, um irgendwie Dankbarkeit zu zollen. Sag mal, findest du nicht auch, dass sich dieser Herr etwas zu seltsam benimmt? Nathan, ich glaube, es ist an der Zeit, mal da die Yo-Kai-Watch herauszuholen. Ja. Maßlose Forderung einer Diva, ja. Einer Diva, ja. Und hier steht sie vor uns, die alte Sau. Unglaublich. So, da haben wir ihn oder es. Ich kenne diesen Yo-Kai. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch schon seit Yo-Kai-Watch 1 und 2 existiert. Wenn nicht seit Yo-Kai-Watch 1, dann seit Yo-Kai-Watch 2. Der sagt mir auf jeden Fall was. Das ist Zikeria. Ja, ich kenne den doch. Hey, was glatzt du so? Äh, entschuldige, aber könntest du aufhören, Leute zu beseeln? Die Rezeptionistin ist total frustriert. Na und? Ich hab hier meinen Spaß. Alles andere ist mir Wayne. Ähm. Wenn du möchtest, dass ich verschwende, wird dich das einiges kosten. Bring mir drei Cupcakes und eine Y-Cooler Max. Ich muss ja auch bei Form bleiben. Dann überlege ich's mir vielleicht. Warum sollte ich? Das ist nicht fair. Neven, ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Manchmal muss man im Leben nun mal einfach die Zähne zusammenbeißen. Ach, du hast wohl recht, ja. Ich hoffe, ich hab schon... Ich müsste Cupcakes, glaube ich, sogar haben. Und Y-Cola hab ich im Überfluss. Also von daher... Moin. Da bist du ja. Hast dir ordentlich Zeit gelassen. Und zwar... Fünf Sekunden. Das ist eine Sekunde zu viel. Gib schon her, du Sau. Okay. Dreimal Cupcake. Und Y-Cola Max. Ich hoffe, das Geld kriegen wir erstattet. Sieht so aus, als hättest du mir gebracht, was ich haben wollte. Aber warum hat das so lange gedauert? Hast dir wohl absichtlich Zeit gelassen? Hauptsache mit deinen Abonnenten labern. Du Schwein. Wie ungeheuerlich respektlos von dir. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Warte mal. Das ist doch lächerlich. Ach je. Ich hoffe, wir bekommen die Cupcakes wieder. Das ist ja echt eine Frechheit. Wir schenken diesem Yoka etwas. Und er macht weiter Faxen. Los, drauf da. Klatscht sie in Fort mit einem Donnerblitz. Ich meine, mit den Tatzen des Zorns. Mhm. Und weil mir das Ganze jetzt gerade so ernst ist. Ja gut, er steht hinten. Der kann ich jetzt nicht treffen. Und ich muss eh bereinigen. Und wie viele Lebenspunkte hat er gerade? Mehr als genug. Das heißt, wir könnten sogar noch eventuell auf den Glückspilz gehen. Hoffe ich jedenfalls. Sie hat gerade die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Lol. Mhm. Man sieht hier natürlich Level 2 Bereinigungen. Also Moinsen. Ich sollte mich langsam beeilen. Vielleicht würde ich sagen, 1 und bei 3. Wenn da jetzt nichts... Ach komm, ist da was? Wir machen noch einmal ein bisschen... Ja, okay. So. Schnell. Wir haben hier wenigstens noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte mit. Danke sehr. Ich meine, Robopa ist ja auch noch beseelt. Da können wir auch noch ein bisschen reinlunzen. Ah, oder auch nicht. Man kennt das sicherlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja gut. Die Frage ist jetzt, kommt sie mit? Hat sie aus ihren Fehlern gelernt? Wird sie jetzt eine Freundin? Und halt dich gefälligst etwas zurück. Du bist viel zu stark. Das ist unfair. Hauptsache Klugeln reinballern. Ich hasse dich. Ich habe noch nie so einen sturen und unvernünftigen Abonnenter gesehen. Hater HD. Stur? Unvernünftig? Was fällt dir ein? Du unnüfflich kleines Blag. Äh. Undankbar ist sie obendrein auch. Du hast dir immerhin alles gebracht. Ja, das stimmt wohl. Päh. Das sprechende Kissen hat recht. Du hast mir wirklich alles gebracht. Aber das war ja wohl das Mindeste. Das Allermindeste. Päh. Schwein. Und sie geht einfach weg, ohne sich zu bedanken. Was für ein Dreckschwein. Wow, sie ist weg. Sieht so aus, als würde sich auch der Kunde wieder normal verhalten. Gut. Entschuldigen Sie, die Vorstellung wird erst später anfangen, also... Oh, tatsächlich. Nun ja, dann ist da noch etwas Zeit übrig. Dann kann ich mir noch in Ruhe etwas zu essen besorgen. Lol. Ein Burger oder so. Oder zehn. Das würde zu meiner jetzigen Bauchform passen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Jetzt kann ich endlich die Vorstellung vorbereiten. Nichts zu danken. Ja, das hätten wir. Genau, es war uns eine Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht. Spar dir den Sarkasmus. Außerdem hast du kein Stück geholfen. Doch, ich habe dir moralische Unterstützung gegeben. Oder etwa nicht? Du hast eine Weckerei gesucht. Das war so ziemlich alles. Na, im Grunde haben wir gar nichts gesucht, weil wir alle Sachen schon hatten. Du hättest die Cupcakes eigentlich auch selbst kaufen können. Vielleicht hat Zikeria recht. Du bist total unhöflich. Puh. Ein Schwein. Maßlose Forderung. Nein, na. Die war geschafft. Sehr erfreut. So, okay. Das gibt es 60 EP oder so. Oh, gleich 90. Oh, da will es aber jemand wissen. Mhm. So können halt auch unsere Lauch-Yoke ein wenig leveln. Nice Tendo. Wir bekommen... Ja gut. Eh nicht den ersten Preis. Ne. Um eins verpasst. Aber dafür kriegen wir einen Donut. So, weitere Handlung freigeschaltet. Aber ich möchte die zwei Bonus-Quests noch machen. Hoffentlich geht das. Hey, Kleiner. Kann ich mit dir reden? Offenbar kann die Vorstellung nur dank dir reibungslos beginnen. Also lass mich dir danken. Aber das ist doch nicht der Rede wert. Wirklich. Um meine Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, möchte ich dich eigens zur heutigen Vorstellung einladen. Was? Echt? Sind sie sich da sicher? Aber natürlich. Hier sind zwei Tickets. Du kannst also auch einen Freund mitnehmen. Ja, ich würde sagen, ich nehme... Ähm... Dankeschön. Toll. Ich meine... Danke. Tausend Dank. Freue mich. Freut mich für dich, Nathan. Suchen wir Meg. Vielleicht hat er ja Interesse an diesem Extra-Ticket. Dass sich der Zirkusdirektor nicht fragt, oh, wer ist Meg? Tja. Das ist so das Ding. Ich meine, Nathan spricht ja auch nicht in Gedanken oder so. Hallo, ich hoffe, dass du dich auf die Show freust. Damit ich dich, äh, verschweißen kann. Rrrr, du hast keine Angst, weil ich hinter Gittern bin. Ja. Du meine Güte, so ein großer Tiger. Ob er wohl Tickets, äh, Tricks verführen kann? Ob er wohl Tickets verkaufen kann? Man kennt ihn auch hier, ähm... Der gute alte Ticket... Äh, äh, der... T-Tigert-Verkäufer. Der kann Tickets verkaufen. Das ist alles so aufregend. Ich muss los, Bruder, und mir die Show ansehen. Ja, dann gehen sie hinfort. So, was haben wir hier? Sag mir doch bitte einfach, was nicht in Ordnung ist. Ich hab gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Ach, wenn das so weitergeht, werden wir nie anfangen können. Hey, was ist los? Wir wollen die Bühne startklar machen, aber dieser Bühnenarbeiter hilft nicht. Er ist die ganze Zeit nur am Schmollen. Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Und mir sagen, was ihn stört, will er auch nicht. So war er bisher noch nie. Hey, kannst du vielleicht mit ihm reden? Vielleicht hört er dir ja zu. Ich frag mich, ob das auch eine Schlüsselquest ist. Muss aber eigentlich, weil das ist eine zeitlich begrenzte Quest wegen des Zirkusses. Lass es, lass es einfach. Nein, nicht. Dieser Typ ist klein nicht. Warum nur? Steckt Anjoka dahinter? Besser mal nachsehen. Es gibt zwei Karabellettnüsse. Ja, lecker. Vielen Damen. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Okay. Ich weiß nicht, was los ist, aber es muss einen Grund für sein Verhalten geben. Er hat recht. Ach, diesmal ist es echt ein Typ? Eben war es eine Frau? Die haben den gleichen Sprite, Mann. Er hat recht. Etwas stimmt hier nicht. Er spricht auch auf ungewöhnliche Art. Hier ist definitiv ein Jokai am Werk. Du kannst nicht einfach jedes Problem einem Jokai in die Schuhe schieben. Das kann ich nicht nur. Das tue ich auch. Pass mal auf. Ich sehe mich eben um. Ja, ja. So tun wir es. Übrigens, ich habe gehört. Aber ich komme gleich darauf zu sprechen. Ich muss erst mal mein Greenscreen-Licht irgendwie ein bisschen nach hinten schieben, weil ihr seht, so meine Hand, die kieht ein bisschen weg. Und ich glaube, es liegt daran, dass mein Licht ein bisschen zu nah mehr dran ist. Ähm, ja, Moinsen. So. Ich hoffe, das reicht. Ist, glaube ich, schon besser als vorher, ja. Und ich überbelichte auch gerade nicht so. Krass. Also, alles gut. Gib es endlich auf. Lass mich einfach in Ruhe. Daran ist es bestimmt ein Jokai schuld. Zeig, das Jokai-Radar einzusetzen. Ja, los jetzt. Waren sie keine Palava hier? Wo ist der? Ach komm, der muss doch hier irgendwo sein. Ach, Junge. Echt jetzt? Hier? Ich habe doch locker dahin gehalten. Warum wurde der nicht angezeigt? Junge. Sonst gehe ich gleich zur Polizei und da wirst du angezeigt. Wegen nicht erscheinen. Du Sau. Jokai gefunden. Wer ist das überhaupt? Kenn ich den irgendwoher? Weierkuchen. Ja, ich glaube, den habe ich schon mal bekämpft. Au, Weier. Du kannst mich ja sehen, obwohl du ein Mensch bist. Äh, könntest du einfach so tun, als hättest du mich nie gesehen? Gerne. Unter der Voraussetzung, dass du das Beseelen sein lässt. Äh, dieser Joka heißt Weierkuchen. Jeder, der von ihr beseelt wird, will einfach in Ruhe gelassen werden. Das erklärt, warum sich dieser Typ so seltsam verhält. Wenn sie weiter in ihren Unflug treibt, wird die Zirkusvorstellung nie anfangen. Nathan, versuch es mal mit Diplomatie. Ja, gute Idee. Auweia, was willst du denn jetzt? Ähm, tritt für eine Person zurück. Warum beseelst du ihn? Das ist eine gute Frage. Wir rühren uns keinen Zentimeter, bis du die Beseelung abbrichst. Wenn ich bin beseele, geht dich nichts an. Und wann ich bin beseele, geht dich nichts an. Geh weg und lass mich in Ruhe. So kommen wir wohl nicht weiter. Du wirst bessere Argumente liefern müssen. Ah, was willst du denn jetzt? Wir können dich nicht in Ruhe lassen, bis du den Zirkus in Ruhe lässt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass mich einfach in Ruhe. So kommen wir wohl nicht weiter. Du wirst bessere Argumente liefern müssen. Hä? Ich lasse es einfach so. Das ist die Lösung? Wie behindert. Du bist ziemlich langweilig, Vaya Kuchen. Ich glaube, ich gehe wirklich lieber. Ja, das ist diese umgekehrte Psychologie. Au, Vaya, warte mal. Du willst einfach gehen? Ist das dein Ernst? Oh, es sieht so aus, als hättest du den Nerv getroffen. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und sie bitten, mich in Ruhe zu lassen. Es sieht aus, als ob es klappt. Nathan, lass jetzt nicht nach. Okay. Warte mal, Vaya Kuchen. Was denn? Wenn du gehen willst, dann geh. Mir ist das nämlich total egal. Okay, pass auf. Ich lasse es einfach. Was für eine Zeitverschwendung. Ich mache mich vom Acker. Auweia, warte, bleib hier. Du lässt mich doch nicht etwa alleine. Du willst doch nicht etwa gehen. Nathan, du hast es fast geschafft. Jetzt leg noch einmal kräftig nach. Wenn du deine Karten richtig spielst, sollte das Problem bald gelöst sein. Okay. Warte mal, Vaya Kuchen. Ich bleibe doch noch lieber hier. Was? Entscheide dich endlich. Spiel keine Spielchen. Ich lasse mich einfach in Ruhe. Ähm. Für dich, lass es einfach. Mhm. Dieses Gerät ist komplett zwecklos. Ich hau ab. Dann hast du deine Ruhe. Vielleicht sollten wir wirklich gehen. Es wird langsam lächerlich. Wa-auweia. Du sagst mir doch dauernd, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Also auf Wiedersehen. Und bye. Hoffentlich beißt sie an. Aber, aber, aber. Warte, komm zurück. Lass mich nicht allein. Äh, 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 ahhh. Ich glaube, es wird eine Befreundung werden. Kann das sein? Na gut. Jedenfalls Zweierkuchen können wir wahrscheinlich auch nicht anfreunden. Da das Ganze nämlich ein Questkampf ist und dementsprechend wird es da keine Befreundung geben. Aber vielleicht wird sie ja sogar nach der Quest Now to befriend oder während der Quest Now to befriend. Schauen wir mal. So. Oh, sie ist sogar vom Typ, äh, oder vom Typ, was heißt Typ? Vom, ähm, Stammherziger wahrscheinlich. Und wenn sie Rang D oder C ist, könnten wir sogar überlegen, sie mit ins Team zu nehmen und dafür Singsang rauszupacken. Da müssen wir mal gucken. Und ich weiß, ich müsste eigentlich den guten Katzithin Cook mit ins Team nehmen. Aber ich weiß nicht, wen ich rauspacken soll. Vielleicht diesen Welkentypen oder so. Keine Ahnung. Und dafür packen wir ihn dann quasi für Leolingo nach oben links. Und tauschen das Ganze aus. So, mal gucken, ob sie mitkommen tut. Ja, moin. Wie unhöflich von dir, ein Mädchen einfach so zu versetzen. Sie braucht wohl Aufmerksamkeit, lol. Hör mal, Weierkuchen. Wie wäre es, wenn wir Freunde werden? Keine Chance, lass mich in Ruhe. Lol, echt? Äh, äh, äh. Mach dir nichts draus, Nathan. Auch wenn sie es nicht gesagt hat, hat sie eine Geste bestimmt geschätzt. Ach komm, lass mich einfach in Ruhe. Immerhin scheint der Bühnenarbeiter jetzt wieder ganz der Alte zu sein. Und ich dachte, echt, das wird ein Auto-Meer-Friend. Aber da hat sie sich wohl wahrscheinlich, äh, ja, nicht lumpen lassen. Oder auch nicht, äh, verarschen lassen. Ja, mein, was mach ich denn da? Hab ich mir die ganze Zeit verplempert? Äh, was? Er spricht doch immer total seltsam. Kommt der aus Bayern? Äh. Das höre ich gern. Ähm. Aber immerhin ist kein Joker daran schuld. Bist du dir da wirklich sicher? Vielleicht ist es Leolingo? Man weiß es nicht. Ähm. Ich würde echt mal gern wissen, ob er im Englischen auch so bayerisch redet. Mit so einem bayerischen Akzent. Ja, mei, Sapalo, das ist doch hier nicht normal, Mensch. Ich kann zwar kein bayerisch, aber ich hab das versucht, so gut wie möglich rüberzubringen. Es hat nicht geklappt, aber... Ich hoffe, der Unterhaltungsfaktor war trotzdem da. So, Ärmel hoch als erster Preis. Das wär's doch jetzt mal, oder? Ach, Junge. Egal. Scheiß drauf. So, die Frage ist jetzt, haben wir alle Quests geschafft? Wenn ich so auf die Karte schaue, würde ich an sich sagen, nein. Es waren ja an sich fünf... Also, an sich sagen ja, aber es gibt ja an sich fünf Quests. Warte mal, da ist doch noch jemand. Hier oben drauf. Ja, moin. Es gab ja fünf Schlüsselquests und wir haben gerade mal viel gemacht, oder? Daher frage ich mich, wo ist die fünfte? Hm. Du hast mich gefunden. Dabei war ich so gut versteckt. Komm mir nicht in die Quere, sonst halte ich dir ein, du Schwein. Nein. Lass das sein. Gut, äh, ja. Oh, Teamkampf. Ja, her damit. Kriegen wir hin. Das gibt auch leckere Erfahrungspunkte. Also, moin. Und gleich gehen wir dann zum Aukai und holen uns Katzidink. Guck mal her. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ja, also, ich würde echt sagen, wir gucken da mal, dass wir hier diesen Specktypen rauspacken. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich muss mal gucken, wie er genau nochmal hieß. Vielleicht habe ich ja ein Video gemacht, wo im Titel steht, wie er heißt. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, wo haben wir es denn? Hm. Ne, ich glaube, ich habe ihn echt nicht in den Titel reingepackt. Tja. Doch, Wut war mal heiß da. Wut war mal. Doch. Alles klar. Ja, gut. Wir packen ihn dann raus, weil er ist Rang D und ich weiß nicht genau, was er mir bringen soll. Ich meine, er ist eh schummriger und wir haben in unserem Team keinen Schummriger. Und wir könnten uns auch die nächsten Charmanter ins Team reinholen. Und dann wird das auch laufen so. Alles klar. Und er ist aus dem Amerika-Yokai, also passt das. Ich nehme jeden mit in den Himmel, der mich am Schwanz packt. Okay. Wenn mein Schwanz aber abfällt, fällst doch du. Okay. Man kennt's. Danke für diese Drohung. Lol. Trophäe, wozu das denn? Hm. Keine Ahnung. Gut, gucken wir, dass wir jetzt auch mal auf die schnelle Katze-Tenkuck reinpacken, weil da gingen ja auch einige Leute in den Kommentaren so ein bisschen auf und sagten, Kai, wann kommt der endlich rein? Hallo. Er ist Rang D, Alter. Was? Und Level 7? Boah, ist der Kacke. Junge. Das hätte ich mir jetzt aber nicht so vorgestellt. Aber er ist wenigstens charmanter. Das ist gut. Jetzt würde ich ganz gern wissen, was ist denn hier mit... Äh, hier ist Gelbell. Heilt sie noch? Heilt sie? Nein. Sie halt nicht. Also würde ich auch an sich sagen, packen wir sie nicht nach vorne, sondern wir packen halt sehr gut nach vorne und haben eine Charmanter-Brücke. Das schmeckt. Und ich nutze, würde ich sagen, auch nochmal ein paar wunderschöne Klugeln, um ihn aufzuleveln, weil der kaut halt echt schon auf dem Zahnfleisch und das muss halt auch nicht sein. Deswegen hier nochmal die ganzen Mini-Klugeln verballern, hier die ganzen kleinen Klugeln verballern. Mhm. Und nochmal eine mittlere Klugel, da hätten wir das auch schon mal. Wobei wir auch nur eine haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so wenig von denen habe, Alter. Wow. So, Yo-Kai trödelt weniger. Das kann ich bei dem nicht mehr einsetzen. Ja, wie? Herr Lol. Okay. Kann es sein, dass sie mit dem Leveln anfangen, weniger zu trödeln und dass man dafür halt nicht mehr Ärmel hoch braucht? Ich habe das Gefühl gehabt, dass man das damals in Yo-Kai Watch 1 und 2 zwanghaft in Yo-Kai geben musste, um sie dauerhaft weniger trödeln zu lassen. Nun denn, dies ist auf jeden Fall sehr dubios. Ja, muss man sagen. Aber mich wundert es halt gerade wirklich, dass wir die fünfte Schlüssel-Quest hier nicht haben. Oder vielleicht ist sie ja im Zirkus, das kann auch sein. Allerdings kommen wir gerade von der Seite aus nicht rein, also vom Seiteneingang. Hier kommen wir jedenfalls rein. Und hier gibt es auch eine Quest. Ja, moin. Wer ist das denn? Regina! Oder halt eben Regina. Ach, Lul. Ich habe das Gefühl, wir werden genau beobachtet. Hey, seid ihr vom Zirkus? Sie sagt nichts. Und besillt Whisper. Wieso deutet sie auch mit dem Notizbuch auf mich? Das ist Regina, ein wundervoller Yo-Kai. Sie reist mit dem Zirkus. Was? Whisper, was ist passiert? Aus irgendeinem Grund wollte ich unbedingt ihre Regieanweisungen lesen. Dieser Yo-Kai muss Regina sein. Regina ist leicht zu erkennen. Sie läuft immer mit Regieanweisungen herum. Regieanweisungen? Nun also, äh... Mit diesen Anweisungen arbeiten Regisseure an Filmsets und im Fernsehen. Sie sind sehr nützlich. So kann man an Wortlos Anweisungen erteilen. Und fürs Schummeln bei Tests sind solche Karten auch bestens geeignet. Was sage ich denn da? Mach das bloß nicht! Natürlich nicht. Wenn Regina solche Karten verwendet, ist das natürlich etwas ganz anderes. Dich befällt der Drang, die Karten zu lesen. Und dann stehst du unter ihrem Bann. Wirklich? Das ist ja ein nerviger Yo-Kai. Ähm, nein, das ist ein Missverständnis. Regina ist für den Zirkus unempährlich. Die Artisten schaffen es noch nicht mal, durch Reginas Kräfte alles zu geben. Darum braucht Regina auch unsere Hilfe. Oh, ich kann nicht aufhören, ihre Regieanweisungen zu lesen. Zumindest wissen wir, was sie will, aber wie können wir ihr helfen? Ähm, damit Regina stärker wird, müssen wir sie fusionieren. Was, sie will fusionieren? Was sollen wir also tun, Nathan? Ja, wir müssen es ja tun. Regina will fusionieren, um stärker zu werden und mehr Zirkusleute froh zu machen. Ihr Wunsch ist uns ein Befehl. Auf jeden Fall, sie gibt uns eine Bronze-Puppe. Das sind 10 Euro. Oder 20 oder so. Also, ich bin schon damit einverstanden, aber, hm, ähm, was steht da? Schön, dich kennenzulernen. Ja, Moin. Ja gut, sie wird nicht Regina genannt, sondern Regina. Macht doch irgendwo Sinn, weil Regina, Regina, ne, aber... Das wird ja von Regie abgeleitet. Aber gut, scheiß drauf. Schwezi. Wir benennen sie nach einem Abonnenten. Und haben einen Yo-Kai auf Nackten bekommen. Nice. So, von daher würde ich sagen, benennen wir sie nach der oder dem guten... Hm. Robin. Robin, äh, Schestag. Oder Schestag. Und dafür brauche ich jetzt ganz kurz hier meinen Touchpen, genau. In dem Sinne, Robin, vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Der ist für dich. Mhm. Bitte sehr. Mhm. Mhm. Ist sie ein herziger Yo-Kai? Ich weiß es gar nicht. Sie kann auch Charmanta sein. Oder Mystika. Sie hat blonde Haare. Sie wird wahrscheinlich Mystika sein. Lul. Schön, dich kennenzulernen. Eine Fusion also. Wenn Yo-Kai und Items fusionieren, dann entsteht ein brandneuer Yo-Kai. In Landshausen wurden Fusionen am Tempel des wahren Pfades durchgeführt. Aber ich glaube nicht, dass das hier in den USA auch möglich ist. Ähm. Ähm. Wir müssen in die Kirche gehen. Äh, lol. In die Kirche. Wozu? Ich bin nicht gläubig. Ähm. Ähm. Anscheinend können Yo-Kai dort fusioniert werden. Würdest du damit aufhören, mich dazu zu bringen, deine Karten zu lesen? Äh. Dann auf in die Kirche, lol. Etwas variieren. Probier Fusionen. Ja. Können wir machen. Können wir sehr gerne machen. Und. Lass uns dafür am besten auf die Quest auf Aktiv schalten. Weil ich hab keine Ahnung, wo diese gottverdammte, ja, Kirche ist. Ich weiß es nicht. Wo ist die? Vielleicht in East Pine? Kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Das und vieles mehr finden wir aber erst im nächsten Part raus. In diesem Sinne, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Hauen sie rein! Und Feierabend!